Woaa Creeperhop Ja Kaktusseats Nicht nebeneinander die geh'n doch kaput Was? Dann fack den hier hin oder so muss man es vorabbauen ist doch egal, geh weg da ja genau die brauchen wir auf jeden fall zertus quads, toolforge, die spy, irgendwo müssen wir eisen herbekommen korollwolle, auch dieses liquid zeug, haben wir irgendwas vergessen? weiß er nicht willst du, will er checken? nein, werden wir nicht wir werden nichts vergessen haben was machst du? was war das? es gibt doch keine miningwelt doch, ich bin der meinung, es gibt es eine aber nur nicht hier reaktor warte mal 156 jetzt können wir erstmal bei den secrets jetzt gibt es ein pack wieder mit einem miniaturherz von mir ja 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 das reflection pool warum nur so aber nur so äh war bei den vms ne reaktor äh troffis aber steht nicht was, ne also darf ich in der reihenfolge aussuchen oder steht hier da sind nur rüstungsteile ähm ja ja ich habe hier ganze zeit irgendwas im bildschirm ach du hast mir ein pfeil ins gesicht geschossen, stimmt das? ins gesicht? habe ich getroffen gas gas wall wall ich tue irgendwo da hinten aufstellen von der fledermaus gefahren ok sofi ja hast du aber noch da bed voll drei stück die ist voll, hä? mhm oh seeds und ein ho und ich habe ein walross ein walross wo stellen wir die walrosse auf? ist ein walross ich will die irgendwo aufstellen ich stelle die hier ganz heimlich in die ecke ah ne sind alles ah ne sind alles pisten walross, ne? walross armee greift an ist klar die machen keine geräusche impuls plate ach das ist die mit strom ja strom badabada badabada batman badabada 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 ah ein verstecktes reward pack ja oh endridium nuggets na und verstecktes reward pack oh das und nochmal nuggets hier unten bei den spectacle IO hier in den dingern waren die drinne ah ok jeweils in einer ecke auch nicht schlecht ich guck gerade so auf wir irgendwie vielleicht noch irgendwas finden oder so mhm hier könnten wir auch die dinger reinlegen die platten dann hätten wir sie auf jeden fall hier ich hole mal eben die ein und die habe ich hier rein getan dann wäre die auf jeden fall da hui hui oh schon wieder zum reaktor äh vms spectacle gem labor reaktor beim reaktor war ja auch noch nicht ja würd ich sagen dann nehme ich gleich das revoir pack mit mhm ist klar du hast denn es sind voll ne ja wir könnten ihn starten der hat sogar speicher unser ständig irgendwas soll ärger der irgendwo wir können den hochfahren okay jetzt nicht optimal aber wir könnten wir könnten wasser rein kippen okay wir könnten wie gesagt wir könnten die ein bisschen steigern wasser reinkippen ich weiß das tut mir auch sehr leid glaube ich denn nein haben wir blatt nun hier ich habe blatten und sensor habe ich auch bekommen gehabt ich weiß das aber nicht ob blatt nun kommt das weiß ich meine hosen bladdy russ geht in der tetherrack hin steht denn auf dem tetherrack drauf der muss ja irgendwo hingehen der tetherrack hat keine frequenz das heißt wir hätten tetherrack offen aber wo pumpt er das zeug hin der hat keinen ausgang waren oben nicht pipes ja okay observatorium oh danke für den itempuffer ja ich habe eben auch ein loch reingemacht dass wir denken muss aber eben was wegwerfen die kisten einfach zu viel material nullifier automatic activated talentsmater hatte ich doch schon warum hat er die nicht gesteckt jetzt und machete die 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 das sind items energy nur die 640er okay ich nehme erst mal ich nehme erst mal die hälfte mit nach mach das warum ist dein loch in der decke ich weiß dass du nicht zuhörst ja warum hast du dein loch in der decke da war der itempuffer drin du weißt schon wir haben schiesse und können ganz viele ganz viele redstone machen wenn wir brauchen aus den blöcken wieder in den kisten rumhängen der füllt hier unten rein der füllt die zelle auf ok das ist super das heißt der strom wird jetzt nicht irgendwo sinnlos hin verballert werden der füllt sich jetzt auf wir könnten jetzt sehen mit wasser füllen wer einmal einmal und so einmal haben wir damit flüssigkeiten drin da haben wir einmal da haben wir irgendwelche questen ok eine torfie ok automatisch activator ok hier kannst du unterplumpsen also wir bräuchten secret sind 33 metern wo ist das denn wir haben noch ein ding offen das heißt secret ja das suche ich gerade ok ich kann mir auch gerade vorstellen wo das nämlich ist 39 metern also schon mal die falsche richtung oder auch nicht schon mal die falsche richtung da ist ne creeper statuen noch draufgelegt 18 meter 13 metern 12 ups 11 hi zombie 10 meter 11 meter 8 meter 9 meter sind es wieder 68 meter will er mich verarschen ich brauche noch eine trophäe gefunden ok irgendwo über mir finde ich ja easy einfach mal blöcke nehmen aber ich habe da irgendwo erblöcke da also die energy pipes die brauche ich auch nicht mehr das komische buch noch max reaktor und turbinen signs 100 x 100 x 100 x 100 warum gibt der mir das was ist das ding wahrscheinlich geht es irgendwo da oben oben ich bin nur drei meter entfernt das ist genau ah ok hast du es ne gleich aber ja 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 was war an das gar nichts da war nichts so es war einfach nur Platz ich habe einfach nur ein Loch rein gemacht eben es wäre nur Platz gewesen so jetzt werden wir jetzt zertus quads not only can i use these von an an any low stone illuminator iron spikes wir brauchen Eisen Eisen ist der der haupt pus Tara die finden wir auch noch irgendwas hinten im raum drin hast du die audifikation die verbrauchte die verbrauchte dankeschön so ein gut ja hier war in den wänden ist generell du kannst einfach den ganzen tag alles absuchen weil hier schon wieder ein basic kannst du alles durchsuchen oh danke noch ein reward pack ja ich sehe jetzt gut mit deinen durchsuchen nur damit du nix abkriegst du bist ja nur neidisch ach fick dich bin ich gar nicht das meine ich aber gerade gar nicht deswegen was soll ich denn jetzt in der zeit machen hallo das eine muss wachsen ich weiß nicht wo ich eisen herbekomme das ist das problem mein schirm kann ich die dinger nicht bauen weil ich nicht das material habe aber die haben wir ja aber nicht aber ich bräuchte kupfer und akmani ingots labernich dafür bräuchten wir gold und iron haben wir auch nicht mikroskop brauchen wir nicht ja ja vielleicht aber nicht vielleicht ist der nachher der massenweise cheater mit den alchemie zeug du du buddelst überall wände rein ich buddel da überall wände rein cool ich buddel da überall wände rein ich buddel da überall wände rein ich buddel da überall wände rein alles klar das ist wieder aktiv aktiv behindert na 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 oh die wolle da wolle 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 moment schafe moment 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 die questen die secrets unten hahaha reward no da sind pokebälle nein da sind pokebälle gewesen reward reward oh nein spawn blazes uuuuh die ganzen trophies ja spawns no die ich ja auch gefunden habe die vogel mob spawner bliss nicht deren ernst nice galactical progression was ist keine ahnung was das sein soll das mob spawner bliss ja nice mit bliss können wir uns das zeug holen da können wir den turbo reaktor bauen spawn snow golem ja ähm gib quicksilver head shield ich bräuchte irgendwas zum bauen das wäre sinnvollerweise 30 30 30 bälle spawn spider creeps ja die habe ich jetzt hinter mir ne und ganz viele lassos die du alle weg wirst weil du weil ey hör auf du lässt die alle fallen weil dein inventar wieder voll ist ich weiß aber du sollst nicht immer alles einsammeln hier nimm doch boah die ganzen küsten ne hier dann nimmst du die noch und die nimmst du auch noch ey ich hab kein magnet an nimm mal die dinger ja ich muss das mal du hast magnet an ja jetzt aha ich wurde ich wurde drüben und recht nicht so mal austauschen hallo oh kannst du gehen ja grad äh gib mal bitte den blitz spawn hast du den irgendwo hallo centos da tschulde den hallo wo packe ich den am besten hin ganz mini mies echt das ist so ich bräuchte irgendwas block mäßiges erde hallo das sind immer die er ist ja nicht alleine der da dran arbeitet das sind meistens paar mehr hm wo bauen wir es hin noch viel basic builds magnesium block hm reaktor mossy stone unfackeln bone scaurine shuriken achso silver bed design was kriege ich denn da für Müll auto smelt auto repair ok fire ok dann nehme ich das ding einfach mal raus boah das ist erstmal hier rein echt ja du denn schon wieder hin äh reaktor achso ich baue ihm die blitzbauder ich baue ihm das blisschen erstmal notbedürftig weil die reaktor hat viel viel platz hm ich bin jetzt einfach erde zum bauen jetzt komme ich das einfachste wird hier irgendwo reingebaut oder was nein an der seite das sieht ja magnet an ne nein nein ich bin da drauf 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 hör doch mal an wenn du näher hast alter hör doch auf deine knifes zu werfen das sind ein shuriken das sind noch nerviger jetzt ernsthaft hm 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 alle er ist ja besser so hm 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 Ich spawne gar nicht, ne? Ja, ich glaube, ich müsste es noch zählen bei denen hier. Meinst du, warum ich Erde mit habe? Weil du behindert bist. Ja, sowieso. Dieses Back-T-Incuber noch nicht funktioniert, ne? Steht doch der andere... Oh! Überhaupt weg! Ich glaube, es ist ja am Linken überhaupt weg. Oh ja, das ist alles voll versteckt. Oh! Hallo, Reward-Pack! Hast du das gehört? Ne. Okay. Hat nur Bomben gemacht. Ah, dann machst du dir irgendwo alles kaputt. So, liebe Bliss, ihr könntet bitte spawnen. Hab ich doch... Ich hab doch die Wolle mitgenommen gehabt. Hä? Äh? Oh, die Wolle ist weg. Hab ich doch mitgenommen gehabt. Ja, nice. Diese weiße Wolle. Hm. Verspunnen. Oh, TNT. Oh, nice! Nice, nice, nice. Du bist wie in der Biosphäre drin, ne? Hä? Observatorium. Bitte nicht in die Bio... Bitte nicht reingehen. Wieso? Warum? Warum? Wir haben hier auch noch... Sand! Oh, Sand! Wir haben jetzt ganz viel Saarhand! Sand! Oh, Sand! Wir können den ganzen Tag nur buddeln! Das ist wieder eine neue Biosphäre gewesen. Ja. Jo, ist klar!